Servus ihr Genussmenschen hier auf YouTube. Heute, weil ich von der Arbeit gekommen bin, war wieder ein Packerl da und da ließ ich da Absender Matthias Haug. Lieber Matthias, du hast mich ja schon viel geschickt und ich bin ja da immer neugierig und will da gleich zack zack aufmachen. Aber das mache ich schon mit der Kamera. Das soll ja jeder wissen. Und dann schaue ich da weiter rüber. Da heißt es da Evi-Matschina. Aha, haben wir gedacht Evi-Matschina. Also eins machen wir zwei nicht. Wir machen ungefragt kein Brief oder Paket von einem anderen auf. Weil das sind mir halt jetzt sagen, das machen wir nicht. Da wollen wir uns voll vertrauen. Jetzt ist es so, dass ich natürlich warte, bis Evi heimgekommen ist. Da habe ich gesagt, ich mache das Packerl nicht auf. Auf keinen Fall. Und Evi ist jetzt schon da. Die kommt jetzt zu mir, Herr Evi. Ich gehe weiter. Und Matthias, schauen wir, lassen wir uns mal überraschen. Aber das Packerl macht Evi auf. Erst einmal vielen Dank. Ich war wirklich, boah, mit den Tränen nahe. Ja, der Matthias hat mir wirklich viel geschickt. Und ähm, lauter tolle Sachen hast du mir bis jetzt geschickt gehabt. Langsam. Ui, da ist noch mehr was drinnen. Nein, die nicht, gell? Nein. Oh, oh, ja, warte. Seidlich schneiden. Seidlich schneiden, Leute. Einmal. Ja, mach mir mal anders. So, da läuft. Wie viel erst einmal Packerl auch mal. Ah, nein, nein. Da musst du noch mal schneiden. So, da schneiden. Ah, ich schneide bloß. Mach es nicht auf. Ist noch ein Brief dabei. Matthias. Das kannst du vorlesen, glaube ich. Liebe Evi, deine Arbeit im Hintergrund sollte auch einmal honoriert werden. Deshalb auch eine kleine Anerkennung für dich. Danke, liebe Evi, Grüß Matze. Matze, Matthias. Boah, ja. Taus, ist dein Paket. Weiß-Blau, peirische Farben. Oh, sieh. Wahnsinn. Oh, wahnsinn. I-J-J-J-J-J. Magst du nicht, gell? Mag ich überhaupt nicht. Oh, das ist natürlich noch besser. Ist jetzt doch kein Whisky oder was? Oh, super, schau mal her. Pfahlmuscheln, die lieben wir. Danke, Wahnsinn. Ein Whisky? Ja, schau mal. Den brauchen wir nicht. Oh, Spaß macht es, gell? Super. Ist das auf der Erde? Schoko, Minz, sowas ähnliches, ja. Ei, ei, ei. Nescafé 2, ne? Ja, da haben wir lieber Spitz. Oh, auch was für die Figur noch mal. Oh, oh, schau mal her, was Gutes noch mal. Alles für die schlanke Linie, gell? Aber wir hauen uns ja nicht immer alles auf einmal rein, wie manche meiner herunter, gell? Ja, die mag ich auch sehr gern. Kenn ich gar nicht. Doch, die sind sehr gut. Muss man kalter essen, aber sind sehr gut. Katzenzungen. Ei, 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 ei. Und? Oh. Mmh, Chili. Chili, Chili, ja. Ich würde das machen, was für ein Brat sei für dich, gell? Okay. Wahnsinn. Also, lieber Matthias, wirklich vielen, vielen Dank. Aber ich muss auch sagen, ich mache es gern für den Helmut. Ja, meine Schnipselhilfe, also das ist ja immer nicht böse gemeint, gell? Schnipselhilfe. Danke, weil ich liebe meine Frau und wenn man alles miteinander macht, wie heißt es, viele Hände schaffen und schnell das Ende, gell? Mhm. Also, vielen Dank, Matthias. Und bei Dankeschön, danke, danke, ich bin überwältigt. Bis zum nächsten Mal. Servus aus Bayern.